Schon als Dentalassistent hat sich Flavio darum gekümmert, anderen Leuten ein astreines Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Dann ist er vom Maibaum-Praktikanten über Umwege als Kommunikationsberater der grössten Werbeagentur Zürichs zurück in den Schoß der besten Werbe- und Filmproduktionsfirma der Schweiz gekehrt. Als Head of Creative Producer ist Flavio die Schalt- und Waldzentrale, wenn es um den Austausch zwischen unseren Kundinnen und den einzelnen Fachbereichen bei uns im Haus geht. Vor allem telefoniert er, daneben wird aber auch organisiert, terminiert, analysiert, konzipiert, strategiert und natürlich zaubert er auch heute noch Lächeln in Gesichter. Set und Action! Hallo, ich bin Flavio.